Wieso hast du dich für ein Studium an der HSG entschieden? Ich habe mich für ein Studium an der HSG entschieden, weil es für mich die beste Möglichkeit bietet, theoretische Grundlagen zu lernen und diese dann auch in der Praxis umzusetzen. Hast du diese Entscheidung jemals bereut? Nein, niemals. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil ich theoretisch sehr viel gelernt habe und auch super tolle Freunde dort treffen durfte. Nun Fragen an dich, Guido. Was für Challenges gibt es, wenn man ein Familienunternehmen übernimmt? Challenges, Herausforderungen gibt es unzählige. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen, aber an diesen kann man wachsen. Und das ist auch das, was Spass macht, wenn man ein Familienunternehmen übernimmt. Konkret sind das Herausforderungen jetzt in dem Bereich, wo wir sind, die Personal betreffen, zum Beispiel die Personalführung betreffen. Und aber auch völlig im operativen Bereich sein können und sich auch eben, wie gesagt, täglich ändern können. Ein Generationenwechsel ist oftmals auch mit einem Paradigmenwechsel in der Firma verbunden. Was für Chancen oder Gefahren siehst du da dabei? Ich sehe den Generationenwechsel bei uns als große Chance. Und darf aber nicht vergessen, dass natürlich auch die ältere Generation viel Erfahrung mitbringt und einbringt. Und ich denke, wenn man es schafft, das Beste von beiden Welten zu nutzen, können wir erfolgreich in die Zukunft gehen. Super, vielen Dank euch beiden für die Antworten. Bitte schön.